Was geht ab liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront. Wir machen jetzt Druiden Alarm, wie ihr seht. Und, ah scheiße man, warum kann ich jetzt nicht mehr den Partnerstart machen? Das ist der Punkt, cool. Ja, hammergeil. Okay, geiler erster Eindruck, oder? Man zwangt, stirbt. Yeah, das lieben wir. Ja gut, alles klar. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was hier so geht. Das ist ja jetzt so im Prinzip der letzte... Äh, bin ich doof? Hab ich irgendwie Kacke im Gesicht? Was geht hier ab? Warum stirbt der nicht? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Der ist ja so der letzte Modus, den wir ausprobieren werden. Ähm, denn ich habe euch ja gesagt, dieser eine, äh, wie hieß der? Dieser Frachtmodus oder so? Der ist ja jetzt nicht so... So geil, weil... Ich spiele eigentlich überhaupt nicht gerne Objectives-basierte Spielmodi. Das heißt, ähm... Nimm die Flagge ein... Und, äh, bla bla bla. Das Einzige, was ich gerne zocke... Ich werd so gerade kaputt gemacht von diesem pissgesichtigen Pisser. Das Einzige, was ich gerne zocke, so in dem Bereich, ist Herrschaft, ja? Das mach ich eigentlich ganz gerne. Aber... Alleine ist es auch schon wieder so eine Sache, weil... Du extrem auseinandergenommen wirst. Und, äh, wenn ich so eine Modi spiele, spiele ich auf... Sieg. Und nicht... Wie so viele beispielsweise bei Call of Duty. Ja man, den Modus zocke ich, damit ich die heftigsten Kitten mache. Und ich scheiße auf mein Team komplett, weil es scheiße ist. Ne, mach ich nicht. Aber so Capture, so Flag und so weiter... Boah, ne, ich mag den Modus einfach nicht. Und ich glaube, das ist der. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja nicht bezockt, aber... Vielleicht kann das ja jemand bestätigen, oder? Ich hab auch nicht. Vielleicht mach ich ja auch nur mal nen Kill. Das ist ja... Vielleicht im Bereich des... Was? Juhl! Was geht hier? Mann, Alter! Das kann doch wohl nicht angehen hier. Wie gewinnt schon? Ernsthaft? Ernsthaft? Alles klar, Leute! Haut rein! Wann hätten wir euch? Tschüss! Das ist doch eine... Okay. Alles klar. Gut, dann spielen wir halt noch mal rum. Das ist ja... Nicht das Problem. Das muss ich aber sagen... Ist ne coole Variante irgendwie. Man spielt Herrschaft... Aber mit beweglichen Objekten. Das ist eigentlich ganz nice. Tja... Müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht kann ich ja jetzt auch mal... Zwei Kills machen vielleicht sogar. Ich möchte jetzt nicht direkt übertreiben, aber vielleicht sind zwei Kills drinnen. Mal gucken. Jetzt müssen wir 25 Sekunden abwarten. Gut. Was hatte ich hier eigentlich noch? Auf jeden Fall keine Kohle, wie man sieht. Statistiken. Oh, cool. Gewonnen verloren. Immerhin. Kill Verlust Code. Ich bin immerhin positiv. Jetzt beitreten! Yeah! Na gut. Ach ja, Leute. Hier der letzte Part. Millenium Fallen. Alle Leute. Ohne Scheiß. Wie ich mir gemerkt habe. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich vorher abgeknallt worden bin. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Wer mich abknallt. Ich habe nur drauf geachtet, was im Spiel passiert. Ich hatte den übelsten Tunnelblick ein bisschen. Aber es ist immer wieder lustig, wenn sowas passiert, dass es nichts anderes gibt zu erwähnen, als das. Es ist immer wieder lustig. Ja. Macht auf jeden Fall Bock, wenn es der 15. Typ schreit. Und schreit. Macht auf jeden Fall auch ne so. Also. Man denkt sich zwar, ey, das Spiel mit Zusatzvideo geht 50 Minuten. Also. Aber egal. Wo ist es halt. Na gut. Kann man auch verstehen. Ich weiß nicht, was er muss. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich selber gebunden. Ab was ich da einfach gemacht habe. Ich weiß es selber nicht. Aber ich war halt einfach in der Tunnel-Modus. Ich weiß es drinnen, weißt du. Fürs Team. Ich habe einen Kill gemacht. Komm, 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 komm. Erfolg. Wir haben nur noch einen Droiden. Reißt euch zusammen. Wieso das denn? Korrekter Typ, korrekter. Ah, tot, alter. Was geht denn jetzt ab? Dieser OVO war ... Dieser OVO war ... Ich ... Ich hasse den Typen, alter. Ich hasse den jetzt schon. Sch- Scheiße, du, Alter. So, haben wir schon, haben wir schon. Okay, läuft gerade. Verstehen wieder. So. Granate raus. Granate raus. Ach, die klebt ja sogar. Okay, das hab ich auch plötzlich was reingesehen. Alter, was brummt hier so? Ich bleib mal kurz hier bei den, bei den Droiden. Die Droiden gehören uns. Seht zu, dass es so bleibt. Oh shit. Boah, Alter, hab ich den schnell weggeknallt. Bin ich der einzige, der... Ich und, äh... Äh, wie heißt der? Not for... Ach komm, hör auf. Ich und hier mein Buddy, Alter. Wir sind die einzigen, die hier richtig mitschwerden. Weil wir die krassesten Zocker der Welt sind. Wie ich den weggewichst hab. Alter, vom allerfalls. Zack, 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 zack. Den hab ich auch weggewichst. Komm schon. Oh, tot. Okay. Mission erfolgreich. Ich hab mehr als zwei Kills geschafft. Yay. Und übernehmen, 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 übernehmen. Boah, mach mich... Mach mich nicht traurig. Vielleicht den letzten Droiden. Unternehmt irgendwas. Äh? Sag nicht, der ist hinter mir geswarnt, Alter. Ist der hinter mir geswarnt? Das sind die wildsten... Alles klar. Oh mein Gott, die Swans sind ja unnormal verkackt hier in einem Bonus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir dürfen den letzten Droiden nicht verlieren. Gebt nichts aus. Toppelgranate ist einfach so geil. Okay, 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 okay. Wir nehmen den Droiden in Besitz. Alles klar. Alles klar. Ach, lass mich jetzt. Nein, den hätte ich haben können. Ich hasse dich, Junge. Ich hasse dich. Mann. Mann, ey. Ich hasse dich, Junge. Verpiss dich doch. Was ist los mit ihm? Hat der Hass auf mich, oder? Kann er wohl dich angehen, ey. Ey. Das ist einfach irgendwie ein bisschen... Puh. Ja, Modus geht auf jeden Fall an sich in Orto. Allerdings, die Swans sind der letzte Schrott. Der letzte Schrott. Tut mir leid, aber ist einfach so. Habt ihr ja gerade gesehen, wie ich hinter dem gespawnt bin. Hab zumindest den Eindruck, dass es zwei, dreimal auch bei mir so passiert ist. Und das ist ja völliger Blödsinn einfach nur. Okay, den haben wir, den haben wir. Ey, wieso stirbt der nicht? Oh, krass, Alter. Der Typ ist echt gut bei mir im Team, aber... ...nach ist Bratwurst. Ihr Wimmel ist verschlossen! Jungen! Nachher ist Bratwurst! Tot! Scheiße, Mann. Hermus bockt schon an sich. Bockt der schon. Es ist wirklich ne coole Variante, dass die Ziele sich bewegen so ein bisschen. Ganz klar, ich bin tot direkt. Ich bin einfach tot, aber die Swans gegenüber auch gar nicht klauen. Nee, tut mir leid. Tut mir leid. Okidoki, doppelabschuss, alles klar. Damit kann ich leben. Haben wir den? Ja, nicht ganz. Okay, haben wir den jetzt? Ja, aber die fangen gerade an. Ich weiß gar nicht, ob man einen sehen kann, wenn man einen kriecht. Ja, ich weiß gar nicht, ob man einen sehen kann, Yeah, doppelabschuss, was geht? Okay. Ach ja, Leute. Ich kann mich nicht entscheiden, was ist der fucking shit? Den fick ich auch noch weg, kurz. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Mann? Was geht hier ab? Schnell einnehmen. Wenigstens nur einnehmen. Schnell, 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 beeil dich. Ich kann diese Schei... Ich kann den Radar immer noch nicht richtig deuten. Bester Spawn ever. Bester Spawn ever. Also, Leute. Oh shit. Das Imperium kontrolliert die Droiden. Findet sie. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, es blendet es hier gerade. Guck mal, mit dem Sandsturm, Alter. Willst du mir sagen, dass da nicht die komplett Weißen Vorteile haben? Bisschen? Boah, wir sind in Sandfarben, aber trotzdem, irgendwie. Das blendet so krass. Oh, Alter, hier sind tausend von Gegnern. Ja, ja, ja. Ja, fuck it. Ja, fuck it, Leute. Puh. Ach, ja. Ich bin voll... Ich bin wieder schon... Ich bin... Ich merke es gerade. Ich bin wieder voll im... Okay, war gar nicht so schlecht. Das war perfekt, Alter. Ja, war perfekt gesetzt. Wir haben gewonnen. Was geht ab, Alter? 27 Kills. Was geht ab, Mann? Was? Leg dich nicht mehr über. Spaß, Spaß. Ey, der Typ bei uns wäre aber echt nicht schlecht. Wir beide, ey. Wir haben es gerissen. Er... Er nimmt einfach alles ein hier. Alles gleich. Ich habe mich noch nie in meinem Leben da gesehen. Weil ich scheiße, wenn er anscheinend. Okay. Alles klar. Okay, Alter. Ja, übrigens. Ach, genau. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Könnte sein, dass ich doch auf der Xbox bleibe. Mit Star Wars. Aber er macht ja auch beim Zuschauen keinen Unterschied. Auch irgendwie versucht, so ein bisschen meinen Kollegen zu überreden, sich doch Star Wars zu holen. Aber er will einfach nicht. Ich habe ihm sogar angeboten, dass ich die Hälfte zahle. Wenn er dafür mit mir ein bisschen was aufnimmt. Naja, hat er keinen Bock drauf. Er hat einfach keinen Bock drauf. Ja, gut. Kann man nichts machen. Und ich habe es ihm auch ganz gekauft, aber ich habe ihn erst vor... Ich glaube... Wann hatte der Geburtstag? Knapp vor zwei Wochen Halo zum Geburtstag geschenkt. Naja, gut. Etwas, das mal mit Sauers gemacht. Naja, gut, Leute. Was soll man machen? Ihr klickt noch nicht genug. Das YouTube-Money muss noch mehr klingeln in der Kasse. Zack. Ihr wisst Bescheid. Naja, Spaß. Gut, ja. Egal. Zum Zuschauen ist es auch scheißegal. So behalte ich wenigstens auch meinen Fortschritt. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht hol ich mir... Vielleicht hol ich mir die Xbox-Version. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Oder die PlayStation. Ist auch scheißegal. Beim Zuschauen ist es auch egal. Gut, Leute. Kurzes Fazit zum Spielmodus. Ja, wie gesagt. Hat schon gebockt. Ich bin ja auch in der zweiten Runde im Vertrieb hinabgegangen. Nein, gut. Geht so. Aber die Swans... Ich weiß nicht. Was haben sie sich dabei gedacht? Das ist doch die Frage. Total willkürlich. Ne. Also die Swans sind grausam eigentlich. Um es mal direkt auszusprechen. Die sind einfach beschissen. Ja. Was soll man dazu sagen? Ist halt einfach so. Na gut. Leute, ey. Aber es ist was ein Modus, den man ab und zu mal zocken kann. Also. Wir hätten Kampfläufer. Wir hätten Feuerschaft. Wir hätten Jägerstaffel. Die könnte man zocken. Gefecht auch. Auf jeden Fall. Ist ja einfach sich abmurksen. Ja. Fracht. Nein. Abrufzone. Ich weiß nicht. Abrufzone. Wohl eigentlich. Ich könnte dem ja nochmal eine Chance geben eigentlich. Ich war in der Beta ja auch extrem scheiße einfach. Vielleicht lag es daran, dass ich gesagt habe, der Modus ist kacke. Naja gut. Wir werden es sehen, Leute. Ansonsten danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja gerne ein bisschen Feedback dalassen. Was ja eigentlich einfach. Was jede Folge richtig extrem tue. Aber da geht noch ein bisschen mehr, Leute. Ihr wisst ja Bescheid. Ja. Nun gut. Dann auf Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Rennen.